Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Ideas TV. Die Konjunktur im Euroraum erholt sich kräftig. Mit zwei Prozent Wachstum im abgelaufenen Quartal lag die Wirtschaftsleistung fast wieder auf Vorkrisenniveau. Ob das Tempo aber gehalten werden kann, ist fraglich, denn auch die Risiken nehmen zu. Materialengpässe wie fehlende Computerchips für die Autoindustrie sind nur eines der Beispiele. Wir sprechen heute mit dem Chefvolkswetter Commerzbank über die weiteren Wachstumsaussichten und damit herzlich willkommen, Herr Dr. Krämer. Ja, guten Abend, Herr Kesselhut. Jetzt haben Sie trotz der guten Gesamtlage die Wachstumsprognose für Deutschland jüngst reduziert. Was gab Anlass hierzu? Ja, also ich habe sie in der Tat etwas reduziert von vier Prozent auf 3,3 Prozent Wachstum für dieses Jahr. Ja, da gab es mehrere Gründe. Eine hat damit zu tun, dass sich doch eine vierte Corona-Welle abzeichnet. Jetzt können Sie natürlich sagen, es sind doch viele Menschen geimpft und tatsächlich in Deutschland haben mehr als 60 Prozent der Menschen eine Impfung erhalten. Mehr als 50 Prozent haben den kompletten Impfschutz. Von daher wird eine vierte Welle, sie würde vermutlich nicht zu einem starken Anstieg der Menschen auf der Intensivstation führen. Aber es gibt doch eine gewisse Neigung in der Politik zu einem moralischen Rigorismus. Und von daher, es reden ja schon wieder die ersten Politiker davon, von neuen Corona-Beschränkungen. Ich glaube nicht, dass es am Ende kommt zu einem erneuten undifferenzierten Lockdown. Aber es wird Beschränkungen geben. Und diese Beschränkungen vor allen Dingen natürlich für Restaurants, Einzelhändler etc., die werden das Wachstum im vierten Quartal belasten. Auch wenn ich jetzt nicht rechne damit, dass wir in die Rezession zurückfallen. Aber es wird eine Belastung für das Wachstum sein. Das war ein Grund, warum ich die Wachstumsprognose für das Gesamtjahr 2021 für Deutschland etwas zurückgenommen habe. Nun gibt es auch Lieferengpässe, nicht nur bei der Automobilindustrie, auch in vielen anderen Bereichen der Wirtschaft. Wie stark dürften diese die Wirtschaft treffen? Ja, die treffen ja bereits die Wirtschaft. Also es sind, zunächst einmal zeigt dieser Chart, der basiert auf einer Umfrage unter den Einkaufsmanagern. Und die müssen Sie ja wissen. Und da berichtet eben ein ungewöhnlich hoher Anteil der Einkaufsmanager von Problemen bei der Beschaffung von Material, von Vorprodukten. Und wir sehen ja auch in Deutschland, dass die Industrieproduktion seit der Jahreswende in Deutschland leicht fällt, obwohl die Nachfrage boomt. Also dieser Materialengpass, den wir dort sehen, der belastet bereits schon die Produktion. Und diese Engpässe werden nicht schnell beseitigt werden, gerade was auch Halbleiter anbelangt, sodass das ja also bis zum Jahresende mindestens die Industrie belasten wird. Und wir wissen ja auch, dass Autobauer immer wieder wochenweise schließen müssen. Und das ist ein weiteres Konjunkturrisiko, zumal sich ein Ende dieser Lieferprobleme noch nicht abzeichnet. Da müssen wir auch noch über China reden. China als die Lokomotive der Weltwirtschaft. Wie kraftvoll ist diese aktuell und kann diese möglicherweise die Risiken, die wir schon genannt haben, ausgleichen? Also aktuell sehr, sehr kraftvoll. Die deutschen Exporte nach China boomen und auch die deutschen DAX-Unternehmen machen dort sehr gute Gewinne. Aber es ziehen so ein bisschen dunkle Wolken am Konjunkturhorizont in China auf. Es gibt eine große Änderung in der Wirtschaftspolitik in China. Die Regierung geht vor gegen die hohe Verschuldung vieler Unternehmen, auch gerade vieler großer Staatskonglomerate, Staatsunternehmen. Und sie hat deshalb die staatlichen Banken in China angewiesen, den Unternehmen weniger Kredite zu geben. Und das sehen wir bereits hier schon in der Zuwachsrate der Kredite an die Unternehmen. Das hat sich doch deutlich abgeflacht. Und wenn die Unternehmen weniger Mittel von außen bekommen, haben sie auch weniger Geld zum Investieren. Und das ist ein Grund, warum das Wachstum zurückgehen sollte. Es gibt noch andere Risiken in China. Denken Sie beispielsweise an den Immobilienmarkt. Da greift die Regierung wirklich ein. Die Regierung stört sich daran, dass die Immobilienpreise so stark steigen. Das ist ein soziales Problem. Und jetzt friert sie häufig die Preise für neue Apartments ein. Und dann entscheidet das los darüber, wer das Apartment bekommt und nicht die Zahlungsbereitschaft der Kunden. All das ist meinetwegen sozial ganz gut, sicherlich. Aber es führt natürlich dazu, dass die Gewinnmargen im Bau zurückgehen. Und das ist ein weiterer Grund, dass das Wachstum in China rückläufig sein sollte. Zumal auch die Regierung jetzt mehr spart bei den Infrastrukturinvestitionen. Noch ganz kurz zum DAX. Wie stark dürfte das den DAX belasten Ihrer Ansicht nach? Der DAX ist teuer. Und in der zweiten Jahreshälfte, denke ich, wird es wieder Rücksetzer geben. Vor allen Dingen, wenn das Wachstum in China zurückgehen sollte. Vielen Dank, Herr Dr. Krämer, für diese Einschätzung. Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie möchten, sehen wir uns in der kommenden Woche wieder. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis dahin. Auf Wiederschauen. Auf Wiederschauen.